Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Lost on Random. Yvonne hat jetzt dieses Kostüm von ihrem Kumpel Bernie an und... Ja. Jetzt versuche ich gerade noch rauszufinden, was wir jetzt nächstes tun müssen. Bei der Glocke. Die ich jetzt aber nicht irgendwie läuten kann. Wenn ich auf die Aufgaben gucke, dann steht hier, drückdrück, solche Sache mit dem Kriegertraining. Ich soll einen Weg wählen, der mir am liebsten ist. Ich glaube, wir wählen den ruhigen Weg, nicht den, der da immer rumgebrüllt hat. Dann gehe ich halt hier mal lang. Überlege ich nur gerade, wo der gesessen hat. Der hatte ja irgendwo am Rand gesessen und meditiert. Hier war im Gebiet des Grafs, war er nicht. Und der Schreihals, der war in den Schützengräben. Ich glaube aber, der andere auch. Er saß irgendwo am Rand. Ja, der war es nicht. Ja, aber er war es auch nicht. Ja, der war es auch nicht. Gehen wir nochmal in die andere Richtung. Wir wollen ja eigentlich nur in die nächste Stadt kommen. Wir wollen weiter zu unserer Schwester kommen. Wir wollen sie retten. Immer wieder hier. Ja, hier wollten wir ja auch nicht hin. Hier brauchen wir nicht hin. Es ist aber auch verdammt neblig hier. Tag, sind wir wieder auf dem Herzog? Aber wir haben ja jetzt mit den ganzen drei Geschwistern gesprochen. Wir haben festgestellt, oh, der hat uns ja alle gemocht, unser Papa. Kein von uns hat er bevorzugt. Aber beendet ist der Krieg trotzdem noch nicht. Okay. Und dann ist es auch noch nicht. Okay. Mm. Gehen wir nach da? Gehen wir nach da? Ne, da ist dieser Helm. Da waren wir schon. Wenn wir dort weiter hochlaufen, kommt uns Madame Baroness wieder in die Quere mit ihrem Gesang. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, da ist unser Schreihals. Den habe ich gefunden. Und ich glaube... Ach, wir nehmen jetzt den, weil wenn ich den anderen nicht finde... Jetzt haben wir das abgeschlossen hier. Es ist allerdings noch die Frage, wie es jetzt weitergeht. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und eigentlich... So, das haben wir alles abgeschlossen. Muss ich jetzt... Ja, wo muss ich hin? Auf den Marktplatz. So, wie es aussieht. Okay, dann... Zurück zum Marktplatz. Das war jetzt also nur eine Nebenquest, mich zu entscheiden, welchen Weg ich wähle. Habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich den anderen jetzt einfach nicht gefunden habe. den... der da gesessen hat. Ach, da ist er. Oh nein, ich hätte hier nur weitergehen brauchen. Na, egal. Jetzt haben wir halt den Radauweg gewählt. Das sieht aber von Weitem aus, ob es hier nicht weitergeht. Ob hier gleich die Mauer geschlossen wäre. Oh. Naja, dann gucken wir mal. Boah, wir haben ja richtig viel Geld gemacht. Ähm. Was werden denn noch mit denen? Und den, und den. Und noch 300. Und den. So. Und dann hat es aber Geld ausgegeben. Ich glaube, hier geht es weiter. Ja. Dicey, wait! Dicey, 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 Dieser Welt wirklich ist... Excellent. Excellent. Ich werde ihn mit ihm später. Für jetzt müssen wir in die Paläse gehen. Langen Süßigkeiten rum, sonst gucken wir mal, wo Ott ist. Oh, I didn't think it was possible, that I ate too much candy. I'm full of candy here, so... yes? Without candy? How are you gonna save anyone without candy? Do you have candy? We had lots of candy in Fivetropolis, but not anymore. Can I have some? Okay. Um, where is your candy? Oh, yes, please! Mmm, mmm... It's air flavored! Yummy, yum, yum! Ja, den konnte man ja super austreten. Hallo, Emily. Emily hat Angst. Willst du? Okay. How are you? Oh, aus. Do you see her? Oh, 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 oh! Do you see her? That's a great idea? Can I have a good idea? Beats with that. We'll do it now, then. Oh, 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 oh. Why did I leave now? I'll do it now. We'll do it now. I'll do it now. We'll do it now. We'll do it now, Yaku. Yeah, it'll do it now. We'll do it now, like you. We'll do it now, too. Ja, wie nett. So, da hätten wir so einen Schalter. Okay, haben wir Dicey. Und Dicey, du musst das hier irgendwo langlaufen. Wo bestimmt auch so ein Schalter ist zum Tor auch machen. Da hinten ist er. Und rein mit dir, Ivin. Ich habe hier gerade erst welche gekauft. Puppies, kittens, rainbows, um, puppies onra- Oh, I'm thinking happy thoughts, so I don't remember reality. My mom taught me that, back in Fortown. She grew up during the war. The big one. I miss her so much. I thought this would be fun. But, but, lemonade on a hot day, getting tucked into bed, a nice warm blanket on a cold night. That makes me feel a bit better. Do you have any happy thoughts? Things being better forever. That's a happy thought. Things being better forever. With ice cream and puppies and hugs and moms and dads and families and cookies and kittens and cookies shaped like kittens and made out of ice cream. I heard they have unicorn ponies in Six Town. What are you doing here? What does it look like? I'm Nanny Fortuna's favourite, so I'm the most important kid. Yes, it is good for me. So eine Verräterin. What? What now? A dice? Impossible. The queen destroyed them all. Where did you find that? Tell me. No, you tell me where my sister is, you witch. Oh god, you are the sister until I live far from home. Oh god, let's have a game kick him. 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 Karten. Ähm... Nehme ich das? Oder was nehme ich denn da jetzt? Das ist ein ganz klassischer Schwert. Weiß nicht, ob ich das bei ihr anwenden kann hier. Wo können wir das einfach mal? Ja, ich kann sie damit hauen, weil die anderen auch gleich... So, ist das schön. So, Anni! Die Dice, die sammeln mal alles ein. Das ist gut. Und die, äh... macht die anderen auch alle platt hier. Das ist noch besser. Nein! Den kriegst du nicht, Mann, Wirkel. Das ist meiner. Ja, mach dir mal alle platt. Das ist okay. Das ist okay. Umheilung brauchen wir nicht. Ähm... Das gefällt mir mir alles nicht so. Oh, da fliegen Bomben. Ähm... Nur aufpassen. Jetzt aber auch gleich das Ding rum. Zeit. Das ist vorbei. Okay, ähm... Räuchte ich nur... Ups. Ein paar, genau. Kristalle. Aber das übernimmt sie ja. Das heißt, ich brauche ja eigentlich nur nochmal lang und dann einsammeln. ein Schwert. Oh, mein Schwert. Ich meine, viel Schaden nimmt sie ja nicht, wenn ich sie jetzt mit dem Schwert hier piekse. Und ich kann ja auch die kleinen Viecher ignorieren und nur sie, äh, äh, angreifen. Und sie macht ja die kleinen platt. Ich muss nur aufpassen, dass die mich nicht angreifen, wenn ich versuche, ihr hier auszuweichen. Ey, jetzt hat sie mich überrollt. Aber wir haben sie schon recht gut angeknackst. Was war's für mein Schwert? Jetzt schmeißt sie wieder mit Bomben. Ich versuche jetzt einfach nur auszuweichen. Einfach nur im Kreis rennen. Dann wird das vielleicht klappen. Und das übernimmt sie mit ihren Bomben, was die Stalle angeht. So. Ja, nehmen wir das gleich wieder. Und heilen uns nochmal ein bisschen, so. Ist sie dann? Da ist sie. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh no. Dicey, hold on. Dicey. Hier, take my hand. Das ist für deine good, Wanner. So, das war unser kleiner Abstecher da ins, naja, weiß nicht, ins Schloss oder so. Na, das Schloss glaube ich noch nicht. Aber zumindest zu den anderen. Wo sind wir? Hier irgendwo runtergeschubst worden. So, gucken wir erstmal, wo wir jetzt sind. Was wie ein Wald. Ich kann mir vorstellen, dass wir gesucht werden. Was ist da, ist sie? Also wie die Geister, die wir auch brauchen. So, das war's. Ah, was er mir denn jetzt? Ja. 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 Why did he... Why did he... Why did he... Do you... Dicey? Dicey! Even knew she had to find her missing friend. She gathered her courage, square her shoulders, and... I just want to go home. Ah. And realized that she just wanted to go home. Oh, but home was very far away. She had no idea how to get there. Oh, Dicey! Oh, Dicey! Oh, Dicey! Oh, Dicey! Oh, Dicey! Ah, okay, it's long. Rechts, links. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh... Uh, 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 uh... Hurra, was sind das fürlisted, die da roundbaum in? Ich glaube, die haben wir schon eine ganze Weile nichts mehr gesehen. Na, können wir noch einmal? Na, scheint sich nur zu wiederholen. Das war so ein Fall von Hallo Echo. Oh. Da kommen die Suchtscheinwerfer von der Königin. Oh Gott. Was sind die denn hier alle? Ah, Gott. Ne, ich traue mich nicht. Jetzt. Tja, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich glaube, ich laufe aber richtig. So, das war knapp. Da ist sie. Oh, shit. Ich kann ja nicht mal meine, also ich kann ja nicht mal was abschießen. Also brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. Von der Königin. Ja. Du bist in der Krieg, seitdem Sie den Krieg waren. Der Krieg in den Krieg war. In einer schwarzen Börsen. Die wallen. Die ohne Schlafzune hatten. Dierupte Stadt. Steins, in der Frucht. Die Zune, in der Spannung. Ja, das sieht jetzt aber gar nicht aus wie eine Ruine da oben. Wo ist da, ist sie? Was ist da, ist sie? Was ist da, ist sie? Ja, mal gucken, ob sie mich da jetzt reinlassen. Ja, das sieht gross. Was ist da, ist sie? Oh Gott, das muss man erst mal kämpfen, ja? Und der arme Dicey sieht ganz schön kaputt aus. Ich will auch gar nicht so sehr provozieren, den armen Dicey hier, ne? Gut, ich habe noch einen großen und da ist ja die Bühne hier wieder viel zu eng. Ne, das gefällt mir irgendwie alles noch nicht so. Nur noch ein bisschen was sammeln. Wenn wir nicht Glück haben, haut der Große hier alle anderen um. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz auf dem Spielfeld. Sind sie nicht den armen Dicey treffen? Boah, na, als echt geklappt, der konnte mich nicht treffen. Soll es mich hier beschwert. Dann werde ich den, ich wollte eigentlich den Großen hier gleich so ein bisschen treffen. Ja, ihr könnt euch ruhig alle selber erst mal kaputt machen. Gut. So, schade, dass da jetzt keiner von dem Ding drin da war. Weil die sind schon alle ein bisschen angeknackst hier. Weil sie sich auch selber in die Quere kommen. Und, da, das meine ich. So, können wir hier noch was Feindes auswählen? Ein Herrn Schwert haben wir ja schon. Ja, ja. Wir machen einfach so weiter. Ich hau den da jetzt immer ein bisschen. Den hier versuche ich auszuweichen. Wie kann der nämlich die anderen hier hauen, die da? Da ist mein Schwertfahrt zerbrochen. Aber das ist nicht schlimm. Da wartet ja schon die nächste Waffe auf mich. Oh Gott. Ich wollte eigentlich ein paar Kristalle haben. Und dann hat mich hier die ganze Zeit... Oh, jetzt kann ich es immer noch nicht nehmen. Da sagen wir, ich habe dieser große... Das große Teil da angelächelt. Aber naja, Mensch. Oh Gott, das Schwert geht auch. Hier so ein bisschen Schwung holen. So, dann kann die gerne K.O. hauen. Oh, da ist sie. Oh, ladies and gentlemen, it appears that this wasn't even a dice after all. What we have here is just a broken old Jack-in-the-box. He's mine. Give him back. You want this garbage back? Yes, and he's not garbage. Well, go get it. Ach, nimm mal die Punkte mit. Dicey! Oh, that means going worthy in double. Oh, and look, that's precisely the bread I made on my sail. Dicey! Oh, no. No, no, no. Dicey! Oh, Dicey, I was so scared. I'm sorry. I'm so sorry. I didn't mean to get you hurt. I should have never put you in danger. We don't belong here and I just want to go home. Did someone say smuggle me home? Because you, little lady, are in the presence of Ludo Betts, the greatest person smuggler in all of random. You trust me, right? Smuggler, runner, pirate, pathfinder, it's all the same thing, just with a different coat of paint. And I'm the best there is at doing it. You see, I've got my bag. Top of the line, nothing so fine, purely benign. It's bigger on the inside. Me and my brother can fit anyone inside. Oh, sorry, I mean, I can. My brother, Bruno, I lost him to the high roller, who I'm betting you know. We gambled, we lost, and now he owns him. And you, well, you've got yourself a real dice, which means you have a real chance to free Bruno. Do that and I'll be real motivated to do you a favour in turn. Oh, I'm sketchy, because you're the one who dropped into this town with no money and no hope and one illegal dice. So take a look in the mirror, kid. Way I see it, you want to go home, you need me. Look, the high roller seems all high and mighty, but he's got a weakness. It's in his name. Roll a higher number than his and he'll lose everything. You've just got to fix your dice up. And you're going to let that stand. Take revenge, show him who's boss, solve both our problems in one fell swoop, fix your dice and beat the high roller. Then you'll save Bruno. And I swear on my eyes that I'll let you inside my bag. And me and my brother will take you anywhere you want, anywhere. Even had no idea where she could find more darts for her dice. So she fell back to exploring her. It had gotten her this far at least, which, if we're being precise, is to a point where she no longer wanted to explore. Look, life's complicated sometimes. Okay, wie's hier weitergeht, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute soll's das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald. Tschüssi.